Arters! Take them out! Von hinten! Oh mein Gott! Was ist los? Mich hat ein Pfeil erwischt. Jetzt bin ich einmal im Kreis gewandt. Da! Oh, der ist afk. Free kill. Yo! Oh, ich dachte, ich bin mate. Irgendwie läuft nicht mehr so gut. Das habe ich schon 0-2, ey. Micha hat direkt zwei Kills abgegriffen. Ich bin mir von hinten gegangen. Ja, ich werde mein Messer nicht ziehen. Oh! Und das sind ja... Oh, da vorne sind es drei. 4, 4, 4, 4, 4, 4, gleich kommt er noch. Jetzt kann ich noch einmal zu gucken. Wie kann ich denn mich als Mensch zu gucken? Aus der Vogelperspektive. Oh, der wird von hinten abgestochen. Oh, er wehrt sich tapfer. Eins gegen vier. Micha ist tot. Da ist mein Kopf gerollt. Ja. 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 Ich trete den noch drauf ein. Fire. Ich glaube nicht, wie die Böden und die Pfeile hier fliegen. Oh lol, erstmal Teamkill. Super ey. Er hat zwei Pfeile abgekriegt. Zwei Pfeile. Was? Fick dich! Ich kann nicht mehr laufen. Was? Leg. Wieso? Kennst du in den Abgrund? Bei mir auch Leg. Ja. Ich spring jetzt in den Abgrund. Hä? Bei mir laufen einfach alle an mir vorbei. Was los? Jetzt springt Mike ins Meer bei mir. Hä? Ich bin echt. Ich bin echt? Ich bin echt weggespielt worden. Leuchtet hier bei mir auf mehreren Spuren rum. Ne, das wird gekriegt. Servers hat geschmiert. Ach man. Wir brauchen noch größere Server und noch mehr gemetzelt. Dann suchen wir alle ein. So, wo einen ... der nicht so voll ist 62 server sind immer voll ja weil es am meisten ab geht aber selbst da würde ich keinen kill kriegen hier sind welche 18 von 42 das hört sich doch gut an könnt ihr mir join ich gehe mal in den in die mason typen wir sind voll neun von acht man ich habe hier diesen schwulen errohr 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 jetzt bin ich bei mason kursschwert sekundär ich nehme eine axt ruf durch rauchgefäß ruf axt ruf durch halt so ich hier so eine kackmusik ruhig eine musik ich kann schnell rennen ja mit schiff ja aber ich meine ansicht noch schneller als schnell rennen ja das kommt doch auf deine waffe an wir sind rot er wird man immer wieder belebt bis ja bis einmal hier alle tot sind oder wie wir müssen die verstärkung das machen das ist nicht herausgeflogen oder wie ja ich kann nicht nachschauen hat sie mir nachschauen nein auch nicht wir sind victorius ja wieso auch immer können wir wahrscheinlich das erste 230 erreicht haben oder so keine ahnung milfschnitte das lädt bei mir nicht nee wir sind auch gerade nicht in game vielleicht liegt es da dran ich habe einfach rechtsklick beitreten und habe gewartet und irgendwann habe ich gemacht jetzt sind wir in so einer arena okay oh freeform oder wie wir sind fuck was sind wir denn jeder gegen jeden oder wie es ist alle gegen alle ja warum denn jetzt ja fett oh mein Gott das ist schwul nehme ich eine schnelle Waffe hier ein Schwert ein dickes Schild und noch so ein Ding ich bin fast tot oh mein Gott ich habe mit einem Schwung zwei Kills gemacht wie geil ist das denn ist der Server vielleicht voll ne war ein 42er Server eigentlich ich bin ich bin jetzt Herr wieso er greift mich an ich blocke er trifft mich ich habe ihn er bleibt ich treffe mich kann man irgendwie nicht blocken ja weil ich blocke und irgendwie treffen wir nämlich immer trotzdem auch wenn ich tag zu dir gucke ich bin ist vier ich bin ich bin Ja, irgendwie. Bei irgendeinem wird der Ingame-Sound aber laut. Nein, dann können sie jetzt nicht sein. Mike? Ja, Moment, ich muss leiser. Du bist raus, stoff wieder so. Ah, ist weg. Ist weg. Nein, Gott, ey. Ich kann einfach nicht abführen, das geht nicht. Was? Wie ich den zerhackt hab. Wie ich den zerhackt hab. Oh. No. Untertitelung des ZDF für funk, 2017